Okay Leute, es geht weiter mit Super Mario Advance 2 Und... Ähm, warte mal An irgendwas ändert mich dieses Level An irgendwas Böse Aber das ändert mich an jedes Spiel hier Ähm... Kein Kommentar, was gerade hier passiert ist Kein Kommentar Okay, dann nehme ich einfach den normalen Weg und nicht diesen asozialen Weg, den ich jedes Mal jetzt gerade versucht habe Okay, ich brauche dafür einen Joshi Okay, so So, okay Und... Kommt jetzt was? Kommt jetzt was? Kommt jetzt was? Ich bin so dämlich, ich bin so dämlich Ja, das waren Skills Das waren Skills, Leute Ähm... Das waren jetzt keine Skills, was ich jetzt gerade abgezogen habe und so dämlich war Ach komm Hör doch mit dem Scheiß Warte, der hier fliegt da wohin wieder? Ach komm, hör auf Und... So Hier hätte ich einen Joshi gebrauchen können, aber ich hab hier keinen Deswegen hab ich die Arschkarte jetzt Warte Warte mal Hier geht's doch zum Eislevel, oder? Wie komm ich auf Eislevel? Ach Okay, die Kanonen kam noch Warte, ich hab irgendwo... Oh Fast hätten die mich jetzt noch bekommen Okay Okay Okay, so Der bekommt mich nicht mehr Der krieg ich so einfach So Einfach oben bleiben Und schnell so Und... Schnell geschafft Din 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 Bams Yeah Das war sehr, sehr gut Okay Cookieberg Der Cookieberg Ähm, wieso... Wieso Cookieberg? Auch nicht diese komischen Missgestalten So Cookieberg Aber wieso Cookieberg? Ich seh keine Kekse hier Äh... Okay, Männer gekillt Hab ich Leben bekommen, oder so? Wo zur Hölle bin ich? Ähm... Ein Leben Dankeschön Und... Oh, komm Ich schiet irgendwie die ganze Zeit nur Und mach nicht mal das richtig Wart Ähm... Okay, ich kann keine Kuppe holen Warte, brauche ich diesen Drehsprung? Wieso gibt's hier keine Kuppas? Okay, hier bin ich ge... Oh, scheiße Das sind die Diener des Satans Und... Das hier Wird mit dir Hach Okay komm Ich geh jetzt nur kurz Wir haben jetzt diesen Weg hier freigeschaltet Jetzt gehen wir auch noch den anderen Weg Ludwigsfestung Okay Wir gehen jetzt weiter hier Komm beeil dich Oder ich stehe das einfach kurz Okay es geht weiter Ich hab mir den Joshi geholt Yay Und Okay, Butterbrücke 2 Warte Ich hab irgendwie dieses Level in böse Erinnerung Ich weiß nicht wieso Ach mein Joshi Ach Kacke Ich glaube wegen diesen komischen Fliegeteilen hier Du Kacke Verdammt, das war knapp Du Spasti, komm her Ich will die Feder haben Ach komm, gib mir deine Feder Wovon kommen die Lieder-Schildgrütte? Oh, verdammt Ähm Okay, ich geh wieder zurück Weil da ein Speicherpunkt war Den ich jetzt gerne benutzen werde Ach, er leckt mich doch am Sack Ähm Warte, war hier das Eislevel? Wieso hab ich das gerade nachgeguckt? Wieso? So Ach du Kacke Ach du heilige Kacke Ach du heilige Kacke Ach du heilige Kacke Mama Mia Let's go again Yay Boah, das war eigentlich Ich werde besser Ich werde besser, ich werde besser Ich werde besser Sehr, sehr gut Bonus Game Okay, jetzt So 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 Und so Verdammt Und verdammt Verdammt Egal, drei Leben dazu Ich hab jetzt 44 Den, 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 den Den, 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 den Bäm Sehr, sehr gut Und Jetzt geht's zu Ludwigs Festung Jetzt machen wir diesen Kupfer mal fertig Oh Oh So und so Verdammt Just what I needed. Ähm. Okay. Mein Pils. Und was? Ähm. Verdammte Kacke. Gleich kommen die sowieso wieder zurück. Wie ich gesagt habe. Zieh, 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 zieh. Verdammt. Aber knapp. Sehr, sehr knapp geschafft noch. Oh, Speicherpunkt. Ey, danke schön. Ähm. Gab es nicht irgendwo eine Feder? War das hier? Ja, hier war eine Feder. Mein Gedächtnis ist sehr gut. Ähm, so Weg mit dir Andere Seite, bitte Und so Und so Nicht, dass ihr mich irgendwie wieder umbringt oder so Weg mit dir Was zur Hölle, ich bin schon am Boss Warte, hat er nicht seine... Ich hab doch gewusst, dass er so aussah Weil jetzt verwandelt er sich wieder in eine Schildgrüte Obwohl er schon eine ist Ich meine, in diesem komischen Panzer Er hofft mit so komisch rumzuspringen Was willst du? Ach komm her Der ist sowieso dämlich So, jetzt wirst du rumspringen Jetzt lande ich auf deinem Kopf Und äh Tod Mario ist fett, wie ihr gerade seht Sehr, sehr gut 44 Leben Und, was gibt's da zu sagen? Oh Thank you very much Bombs Ähm Ja, das freu ich mich auch, Mario Oh Bombs Ludwig von Kopa in der Festung Nein, Festung Nummer 4 Sind gezählt Der düstere Wald Der Illusion wartet schon Mario und Luigi begeben sich Bange auf die Irrwege des Gritzelhaften Waldes Hm Oh, der arme Berg hat eine Beule auf den Kopf Oh, eine Runde Mitleid Oh Und weiter Äh, speichern weiter Und Ach, du Kacke Das sind diese komischen Ausrastis Äh, so Meine Joshi Meine Joshi Essen Alles essen, was in deine Quere kommt Das ess du auch auf Das ess du ganz bestimmt auf Äh, irgendwo Irgendwo hat Irgendwo hab ich das gebraucht, oder? Was zur Hölle, ich bin schon da Du Joshi Gut so Okay, irgendwie noch geschafft Ach, hier gab's ja diesen komischen Äh, warte mal Hier gab's doch Fahrt zur Hölle Ach, komm Willst du mich Ach, komm, willst du mich Was zur Hölle Komm Komm, du Fettsack Komm her Schnell, 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 schnell Komm, schnell Komm, wieder nochmal Das ist der Geheimweg Den wir jetzt einfach benutzen werden Und Ey Dankeschön Und der führt uns Nach links Zu einer Geistervilla Waldspukhaus Warte, da war da auch ein Geheimweg, oder? Ja, da war ein Geheimweg Das ist so behindert Ich hasse diese Verfickten Buches Ähm Okay Ähm, ja Ich brauche einen Pilz, Leute Ich brauche einen Pilz Ein Pilz wäre nicht sch... Wäre nicht... Wäre schon angenehm für mich Dass ich das irgendwie lebensherum schaffe Ach, du Kacke Yeah, ein Pilz Dankeschön Just what I needed, ey Okay, das haben wir jetzt auch Ähm Meins Warte mal Wie war da ein behindertes Geheimweg hier drin? So Ist klar Und hier Ach ja Jetzt geht's da oben lang Und Warte Da hinten gab's doch was Da hinten Ach Fick dich doch ins Knie Wieso bin ich jetzt einfach hierher gegangen? Hä War da wirklich auch schon... Hä Achso Der fette Buch hat das versperrt Achso Denen 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 Den Warte, das war jetzt der Geheimweg, oder? Speichern weiter Was zur Hölle? Ach, das war jetzt die Verbindung, oder was? Ach, komm, hör auf Ach, komm, hör auf So, dann geschien So Und weiter Einfach hier durch Kann ich nicht gebrauchen Kann ich nicht gebrauchen Das kann ich gebrauchen Das ist gut Fick dich Fick dich, du leckende Missgestalt Du willst mir sowieso Am Pimmel lutschen, aber Ähm Was ist gerade passiert? Egal, komm, so Okay Merke ich mir Diese Tür Nicht gut Ähm Puh Sag ich mal, Leute Puh So Ähm Irgendwie noch mit Glück geschafft Und so Jetzt gehen wir durch die erste Tür So So Und Rein mit uns Und Bäm 27 Bäm Sehr, sehr gut Und Das führt uns da unten Wartet mal Kurz Okay Es geht weiter Speichern und weiter Und Ja Wie schon gesagt Es geht einfach weiter Ich hätte ein paar Komplikationen hier Und Okay Verdammt Die Feder ist jetzt weg Und Komm weg mit dir Und Rauf mit uns Komm Wir essen dich auf Und so Und so Ach Leck mich doch Ich gehe einfach weiter Essen Essen Und so Und speichern wir Wieso bin ich so dämlich Ja Ich bin dämlich Ähm So So Dankeschön Kommt her Kommt her Kommt her Okay So Willst du mich verarschen? Okay So 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 Ganz easy peasy War da nicht gerade Ein Wurm War da nicht gerade ein Wurm Oder habe ich mich da geirrt Jetzt ist er wieder da Oder was Dün 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 Okay Ich habe sowieso noch 6 Minuten Die werde ich jetzt sinnvoll nutzen Und dann haben wir jetzt im nächsten Part weitergehen Jetzt geht es da lang weiter Ja Komm 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 Und der Wasserlevel Da ist auch der blaue Schalter Der letzte von den Schaltern So Dankeschön Und So Einfach nach oben Und das war dumm von mir Dafür wirst du sterben Ich weiß nicht wieso du gestorben bist Aber Es war einfach deine Schuld Sagen wir es einfach mal so Okay Ich laufe mal Okay Okay Komm Ist das einer von diesen verfickten Fischen Die einen verfolgen Ach du heilige Kacke Egal jetzt habe ich Feuer Jetzt halt Ich halt Ähm Ähm Ich wollte gerade Remakes aus Deutsch und Englisch machen Ich bin dämlich Ähm Warte hier war irgendwo da Okay Das Leben habe ich bekommen Aber Hat es mir Hat es mir was gebracht Ich weiß es nicht Okay so Irgendwo war der Geheimweg Irgendwo war der Geheimweg Hier ist ein Speicher Bums Der Speicher Bums ist jetzt weg Wegen meiner Dummheit Und So Ich werde es mitnehmen Ja Übertreib mit der Geschwindigkeit Ähm Kacke Okay Komm Verdammte Kacke Ähm Achso hier war das Okay Jetzt muss ich schnell Verdammt Komm Jetzt so Ja geschafft Puh Auf dein Gesicht Dicker Fisch Das war der Blau Schalter Jetzt öffnen wir das Oh da haben wir eigentlich alle Schalters Ähm Ja Ich weiß das ist dämlich Aber das bringt mir sowieso nichts Und So mit dir Schalter Belast Der Schalter den du gedrückt hast Verwandelt sich in Striche Striche In Block Bams Und Sehr gut Speicher weiter Wartet Ach ich kann noch ein Level zu Ende machen Ähm Ich mach einfach das hier zu Ende Den 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 Ich krieg eine Feder Das ist gut Du wirst aufsterben Die Musik beruhigt mich voll Aber man kann echt lange das Ähm Ähm Luft anhalten unter Wasser Oh das war knapp Schnell 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 Danke Jetzt runter mit dir Runter Okay ich nehm diesen Block mal mit Ach fick dich doch ins Knie Egal jetzt hab ich Feuer Jetzt hab ich Feuer Jetzt hab ich Feuer Jetzt könnt ihr nichts machen Hahaha Waren er davor auch zwei Stück Ich kann mich nur an eins erinnern Ach komm Ach komm einfach So Die Geheimweg haben wir sowieso Die Geheimweg haben wir sowieso Es gibt nichts mehr Was man hier noch interessantes machen kann Außer ganz schnell In ein Ziel zu laufen Den Pilz will ich haben Just what I need it Den Pilz will ich da auch haben Doppelte Sicherung ist immer am besten Ähm Verdammt So Ihr dreckigen Bastardus kriegt mich sowieso nicht Okay da ist einer unten Was macht ein Shacki hier unten Verdammt Wartet Ach komm Mach mal schneller Und Wir sehen uns das nächste Mal